Wir befinden uns auf der DLD-Konferenz. DLD, das steht für Digital Live Design. Drei Tage lang wird es hier Podiumsdiskussionen geben und Vorträge. Dieses Jahr dreht sich alles um Uploading. Uploading the 21st Century. Und wenn Sie was darüber wissen wollen, aber nicht da sein können, wir sind das für Sie. Wir sind drei Tage vor Ort und werden Ihnen alles berichten, was sich hier tut, alles was spannend ist. Und wir werden drei Tage lang versuchen, die Leute zu interviewen, von denen wir glauben, dass das für Sie interessant sein könnte. Da wäre zum Beispiel René Obermann, der Telekom-Chef. Wer wollte den nicht immer schon mal schimpfen? Oder Jimmy Vales, der Gründer von Wikipedia. Angekündigt hat sich auch Marissa Meyer von Google und der Star-Autor Paulo Coelho. Zum Schluss gibt's dann noch was Wunderschönes für die Augen. Naomi Campbell hat ihren Besuch zugesagt. Also, bleiben Sie dran, klicken Sie rein. Viel Spaß dabei! Vielen Dank!